Lauter gute Nachrichten heute. Nicht nur steht das Wochenende bevor, es wird auch noch ein wunderbar mildes und sonniges. Unsere Wettercamps sind auch jetzt schon im Einsatz. Wir haben Bad Radkersburg soeben gesehen und ein weiteres wunderschönes Bild erreicht uns hier aus Gumpolzkirchen. Noch etwas verschlafen, aber im Laufe des Tages wird hier wunderbar die Sonne durchkommen. Wir werfen einen Blick auf die Großwetterlage. Tiefer Luftdruck im Westen Europas und über Dänemark lenkt kühle Luft ins nördliche Mitteleuropa. Das neue Tief Julia, nördlich der Azoren, ebnet subtropisch milder Luft den Weg über Südwesteuropa hinweg in Richtung Nordosten. Und die Temperaturen heute am wärmsten in Lissabon. Was bedeutet die Großwetterlage allerdings für Österreich? Sonne und Wolken wechseln einander heute ab. Am dichtesten sind die Wolkenfelder in Vorarlberg, Ober- und Niederösterreich. Die Sonne am ehesten kommt heute durch im Süden, in Klagenfurt bei 12 Grad, in Lienz bei sogar 17 Grad. Ich habe ja gesagt, wir knacken noch die 20-Grad-Marke. Und ja, auch im Westen wird es heute relativ mild. Und im Westen schauen wir uns jetzt auch genauer an. Untertags erreichen wir heute schon Temperaturen von bis zu 15 Grad. Und im Osten nicht ganz so mild noch. Da sind heute die Höchsttemperaturen nur 9 Grad. Am Wochenende wird es aber noch wesentlich wärmer. In der Nacht sinken die Temperaturen ab auf bis zu 1 Grad. Und wie geht es weiter am Wochenende im Westen? Morgen ein etwas bewölkter Tag, die Temperaturen zwischen 4 und 10 Grad. Am Sonntag kommt die Sonne durch und vereinzelt erreichen wir Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. Und genauso sieht das auch im Osten aus. Morgen ebenfalls bewölkt, aber recht mild. Und am Sonntag kommt auch hier wunderschön die Sonne durch. Temperaturen durchschnittlich zwischen 4 und 14 Grad. Aber vereinzelt kann es sogar noch wärmer werden.